Hallo, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K16, unserem kleinen King of the Ring-Turnier. Ich bin der Onkel und mein Gegner ist der Rivano-LB. Hallo, wir sind gerade zwölf geworden, wir beide. Warum bist du zwölf geworden? Keine Ahnung, passt schon. Okay, wo muss ich hin? Okay, du hast wieder eine Auswahl, und zwar zwischen Zimis und Recruit. Ich nehme es Recruit. Ja, da bist du rechts. Rechts ist frei. Da muss ich einen mit R suchen. Ja, wo ist er denn? Da ist er, Recruit, ja, passt doch, den mag ich, der ist cool. Den magst du. Mhm, ja, ist okay, besser als Zimis. Okay, achso, ich weiß nicht. Du musst auch wählen. Gut, dann würde ich sagen, lädt sich auf. Mhm. Lädt sich auf. Schon wieder so ein hässliches Unterhöschen an, ist ja schrecklich. Wieso haben die heute alle nur so ein rosa Unterhöschen? Scheiß, was du? Mhm. Hängst du dich an Sachen auf? Mhm. Das interessiert keinen Schwanz. Ja. Ah, ich hab doch eine andere Hose, okay. Da, da, da. Aua, das tut doch weh, sowas. Okay. Was machen wir jetzt? Wieder... Komm schon, komm schon. Ah, du warst schon drauf direkt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ui. Und Rick Rude reverses it. Er wrestled her. Okay, er kommt auch wieder raus. Na, klasse. Na, klasse. Äh, war das jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht. Ist gekommen, oder? Achso, okay. Dass ich einfach so tue, als würde ich nichts merken, oder was? Hm, wippa-hippa. Yippie. Okay, du umkennst mich hier förmlich. Ach, fahm. Okay. Ja, einfach mal ein bisschen. Achso, er kommt wieder raus. Au. Na, kommst du, oder kommst du? Was haben wir noch so, um anzubieten? Von hinten würgen, jawohl. Okay, doch nicht. Hm. Wir reingeln, das war gut. Das war cool. Doch, das von hinten würgen, äh, gegeneinander laufen war cool. Ah, er kommt wieder raus. Er kommt wieder raus, der kleine Schlingel. Oh, der Miz macht gute Aktion, muss ich sagen. Und er kommt aus dem Weg. Hm. So. Ah, du bist schon gelb. Du bist ja schon gelb. Hm. Ah. Bam. Das ist gut. Das tut weh. Er geht direkt raus. Wie cool. Jawohl. Great Body Slam, sagt er. Great Body Slam. Super? Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Nein, das bringt nichts. Aber egal, ich wollte so ein bisschen mal versuchen zu springen. Hm? Ach, komm. Warum, dann hat er mir Beinchen getreten, dass ich umfalle. Nein, heute nicht. Okay. Der ist so witzig, der Kerl. Habe ich mir auch gerade gedacht. Der war cool, ey. Radon. Jetzt würde der Big Boot kommen vom Undertaker. Bam. Das war mein S und er haut wieder ab. Er haut einfach ab. Oh, da kommt es raus, oder? Scheiße. Nicht so gut. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Komm bitte rein, ich helfe dir. Du, 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 du. Du, 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 du. Nein! Wieso? Weihnachten ist vorbei. Silvester-Raketenfeuerbeer. Kaboom. Nein, nein, nein. 1, 2, Nein! Gott sei Dank. Gott sei Dank. Geh weg. Das war die 1. Und ja. Ich kann das auch. 1, 2 und. Oh, das war genau. Ach, jetzt kommt wieder dein 500 Mal mein Bein aufer machen. Mein Bein tut so weh. Es schmerzt mich so sehr. Ja, wenn du es streichelst. Hm. Echt jetzt? Check. Mein Kopf. Ich muss schon meinen Kopf halten. Kann nix machen, oder? Check. Er haut mich. Oh Mann. Komm, werd wach da. Er ist noch nach dem Gehen. Ich bin mir fast überrascht. Ich bin mir fast überrascht, ob seine Bein da wirklich falsch war. Und Boom, Bodyslam! Bodyslam, yo! Keine Ahnung. Ah, okay. Oh man, da kommt der eingeflogen wie Superman. Ja, der Rick Rude, der hat hier grad schön zu kämpfen. Ach komm, immer drückt man daneben, das ist scheiße. Ist doch kacke. Ich mein Lauf, ist auch schön. Eins, zwei, ja! Boah, das war der letzte Zipfel, meine Nagido. Wahnsinn. Hast du den Finisher benutzt? Ne, ne. Ich hab ja noch mein S. Ja, woher hast du einen Finisher? Oh, aber meiner ist total fertig mit der Welt. Ach. Ach komm schon, da wollte ich doch gar nicht. Nein, sieht ganz aus, als hättest du das nicht gewollt. Hä? Ach, das gibt's. Ich hau mit dem Stuhl verkehrt die Richtung und da passiert nichts. Dieser Stuhl. Ja. Gibt's gar nicht. Ja, siehst du, das ist doch Quatsch. Du haust da, ey, das ist, äh, hau, werft das Ding ins Publikum. Ich falle um und bin bewusstlos. Das ist doch, das ist doch scheiße so was. Mann. Na, wenigstens geht mal etwas hier. An der Back. An der Back. An der Back. Ich weiß genau, wie du jetzt gerade vorhörst. Ach komm. Das war genau so sinnlos. Aber, äh, gut sah raus, ja. Vielleicht. Was hab ich denn für'n Scheiß S, Mann? Hab ich denn von hier oben? Nein. Bin ich stehen. Ui. Ach, warum stehen? Du hast bloß mal wieder, du bloß deine Energie mal wieder beobachtet. Ach so, das ist das Problem. Es ist immer die Energie. Die... Die einen am Sack geht. Okay, everybody. Ich hoffe, er klappt jetzt mal. Hab ich Glück, hab ich Glück. Jawoll. Ah, das hat gescheppert, du. Das hat gescheppert. Okay, everybody. One. Two. Nein. Scheiße. Ja, da würd' ich auch mit meinem Kopf schütteln. Boah. So ein Fitzer. Oh, das war echt übel. Das war jetzt echt nicht von schlechten Eltern. Net schlecht. Auge. Das ist nur das, was du zurückkriegst von gerade. Siehst du, was ich mein? Oh, was war das denn? Das ist so sinnlos. One. Two. Okay, schade. Gott, ey. Aber wie krass, ey. Du hast mich nicht verknötet, hab ich es gesehen. Bist du draus? Hä? Wie kann das denn? Boah. Ich versteh's nicht. Gerade warst du noch vor mir. Jetzt bist du wieder irgendwo ins niemals Land. Boah. Ich versteh das nicht, aber es ist cool. One. Two. Okay. Kommt kein Video, dass ich wieder Angst habe um mein Leben. Ach. Ja. Schade. Und er kommt. Ach, ich kann nix machen. Meine scheiß Lebensenergie. Was? Ja, meine Ausdauer ist halt am Arsch. Boah. Ich freu meine Haut wieder ins Leere. Er haut wieder ins Leere. Er haut wieder ins Leere. Der Karton. Der erste Nuller-Dong. Der erste Nuller-Dong. Ja, super. Du hast ihn kaputt gemacht. Ach. Ist das geil. Oh, du Dreck. Oh, oh. One. Two. Oh. Nein! Oh. Geil. Ich hatte schon gedacht, so wie ich damals. Damals wo fünf... paar Matches. Oh nein, das sieht gut aus. Ich mein, das sieht nicht gut aus. Boah. Alter. Hab ich kaputt gemacht, was hat er. Wie schnell weg damit, oder? Das ist nervische Ding. Ach, komm. Nee, nee. Doch. Ach. Herrlich. Kann er aber auch nicht machen. Das ist Wahnsinn. Ja, ich bin Outlord. Echt nicht gut ran hier mit meiner scheiß Ausdauer. Doch. Oh, der Finisher. Bitte, 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 bitte. Nein! Ja! Nein! 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 Oh, Mann! Wie lang soll denn das Match noch gehen? Oh, Mann! Wie lang soll denn das Match noch gehen? Oh nein, Mann, der bleibt liegen, ist bewusstlos! Steh auf, sei mein Mann! Nein! Oh, hier ist was los, ey! Nein! Aua! So ein Nervenkitzel-Game ist das! Oh! Nein! Ja! Oh! Wunderschön! Wunderschön! Ach, er haut ab, er haut ab! Nein, nein, nein! Ich hole gleich die Treppe wieder! Nein! Er hat nicht in den Rang! Ja! Nein, 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 nein! Jaaa! Er macht nicht, er macht nicht! Alter! Oh, hier ist was los! Oh! 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 Oh, oh, oh. Oh, oh! Oh! Ich hau ab, ich hau ab. Ich hol gleich die Treppe, wenn er so weiter geht. Gleich ist es vorbei. Jetzt. Nein, nein. Ja, ja. Ah, nein. Wir geben uns das für... Und jetzt, komm bitte, 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 bitte. Nein. Ja, ja. Und Kaloshi. Nein, nein. Und bitte, pin, pin. Nein, nein, nein. One, two. Komm bitte, ja, ja. Nein. Nein. Alter, alter, alter. Das ist ja hier der reinste Schlaraffenhand. Nein, bitte. Das ist ja gemetzter, das ist ja mehr gemetzter als alles andere. Oh, Mann. Oh, nochmal, komm jetzt, jetzt bist du dran. Jetzt, jetzt bist du dran. Boah, nein. Okay, du bist wieder fit. Boah, Wahnsinn, ey. Was ist hier nur los, ey? Was ist hier nur los? Kann nichts machen gerade. Galoshi. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Komm, 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 komm. Eins. Zwei. Ja. Oh, das tut weh, das war ja mal eben so, mal eben so ein Knie-Ding da rein. Alter, jetzt war ich ja schon nicht mit. Alter, jetzt kriege ich aber alles von dir, hä? Die ganze Parade kriege ich hier. Oh. Äh. Oh. Du hast einen Knie-Ding da. Hm, nein, das ist nicht. Warum macht der denn den Scheiß nicht? Keine Ahnung, aber du kriegst jetzt eigentlich. Oh, Mann, ich dachte, er hätte mich da gebrochen können. Knocked down, er hat das. Okay. Hey. Rache ist Blutwürstchen. Oh, Mann, hö. Geht gleich wieder raus, okay. Hau ruhig deine ganze Ausdauer weg. Na, komm. Noch. Rache ist die Scherde. Er baut die Treppe wieder. Und die nächste. Oh, Mann, er macht hier den Eiertanz. Oh, hier bin ich. Ach, Mann. Ich musste mir die Punkte holen. Jetzt wird's knapp. Oh, der macht wieder den Eiertanz. Das Problem ist, du bist so geschwächt, dass du erst vor einer halben Stunde bewusstlos bist. Na, der hat schon Muckis, der Junge. Der krabbelt da. Er krabbelt da unten lang. Ich liebe es. Na, komm rein. Doch, nein. Ja, mir ist das doch schon mal passiert. Nein. Und das jetzt. Eins. Zwei. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Und boom. Komm rein. Komm raus. Nein, ich. Ach. Jetzt machst du jedes Mal klar, oder? Machst du doch auch. Na. Ach, hast du Glück gehabt. Ja, ich bin nicht rausgekommen jetzt. Hast du Glück gehabt? Ja, ich bin nicht rausgekommen jetzt. Weil du abgebrochen hast. Ich verliere es jetzt. Ich verliere es jetzt, weil ich so kacke drauf bin. Ich verliere es, weil ich so erschissen. Ja, ich bin. Und jetzt PIN. Komm, verlier es, verlier es, verlier es, verlier es, verlier es. Ich bin so blöd. Das ist schon... Ja, ich hab auch gebrochen. Komm. Wenn, dann mach mal fair. Aber jetzt. Wie geil. Und jetzt. Jetzt musst du gucken. Oh, die Dreck. Ah, okay. Du bist fit. Okay. Ah, ja. Und der Hardcore-Map. Bam. Nackenbreaker. Und jetzt. Alter. Alter, gehst du jetzt von meinem Kopf runter? Der ist wieder im Rennen. A Stoopi-Slam, sagt er. Oh, bitte, lass ihn durchgehen. Lass ihn durchgehen. Ja. Der DDT. Ja. Der geht weg. Okay. Nein, wir gehen rein. Oh, kacke. Oh, scheiße. Das war mein Finisher. Ich weiß. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ja. Ja. Das gibt's doch nicht. Oh. Geil. Was ein Match. Das ist wirklich aufregend. Bis zur letzten Unterhose. Oh, Mann. Oh, wow. What a maneuver. What a maneuver. Oh, Mann. Der ist so kaputt, ja. Dass der echt kaputt ist. Komm jetzt. Sei mal ein Mann, ey. Oh, komm schon. Ja, und jetzt. Und jetzt, komm schon. Mann. Zwei. Oh, Mann. Ja. Und jetzt, komm, Mann. Ja, wieder ein Konterkammer. Das war ja episch. Das war wieder richtig episch. Oh, das ein Match, ey. Oh, lecker mio. Das müsste man als episch Match bezeichnen. Oh, ich bin jetzt schon am Schwitzen. Ich fühl mich grad wie der Rick Rude. Alter. Geil, oder? Oh. Mach du da ab, sag ich kann nicht mehr. Ja, liebe Freunde, wenn's euch gefallen hat bei diesem epischen Match, ja, mit dem Konter aus dem Konter gekontert und gekontert, schaut auf jeden Fall mal GamerShack AP vorbei. Lasst einen Daumen um da, wenn ihr mehr sehen wollt. Wir haben noch ganz viele andere Projekte zusammen. Lasst ein Abo da. Oder genauso wie bei mir, Rewano AP. Ich freu mich, wenn ihr wieder mit dabei seid am nächsten Tag. Bis dann, euer Rewano und Onkel. Ciao. Tschüss.